moin moin mein lieben hier so eine gute sachsen wir sind ja fängt super geil endlich da wir sind da ich habe gute neugierigkeiten letzte folge haben wir den dungeon gefunden erst mal und haben wir dieses zeug alles bekommen und jetzt dieses zeug muss wir in turien jetzt versorgen was haben wir heute vor dass es warte mal mache diese truhe das brauchen wir nicht das mache ich ja das geht dort das gibt es werde desto jetzt dann ok stein ok haben wir nicht so viel diesmal erde natürlich zwei stücke immerhin erz jopa mir kohle ja ein bisschen immerhin so und das noch holz nein sand kies kies haben wir bekommen haben sie haben wir gesammelt letzte folge das geht alles gehen wir nach unten machen wir so ist ich kurz was um fertig so also glas brauchen wir denn diese gleiche und das glas sie mehr haben ja leider nicht okay hier so käme kohle nach hier ist schon am grenzen schon kommt ich sehe schon und so kohle so ich mache noch hier das hier die ja rein scheiße ok essen brauchen wir immer essen brauche ich glaube als haben wir haufenweise glaube ich für ganzes jahr uns reicht müssen wir nichts machen hier nichts machen kannst du dann verdreht verdreht das nicht wie im wie in arg so das machen noch kommt habe ich das hier rein theoretisch alles was schauen wir ob diesmal vielleicht wenn nicht wenn heute reicht nicht dann versuche ich die rest der folge ja was vergessen scheiße ich will der rest der folge nach samt suchen schon wieder karte karte ok da haben wir nur wenn unser sand oder trotz machen wir diese folge komplett die durchsuchen die karte nicht komplett aber das wir bekommen mehr sand das video bedingt weil wir haben kein einziges sand mehr das ist echt nicht so toll weil ich suche am meisten werde gut wenn ich finde eine wüste wenn ich finde eine wüste ist saugeil bitte so so also mal sehen haben schon verloren hallo ja jetzt super war das hat mühe getan so eine ebene haben wir schon das mache ich weg jetzt hier höhere desto weniger glas brauchen wir das finde ich schon cool so ein bisschen weniger dann mache ich so das muss ich schon wieder machen so äh super ja zwei blöcke dann wird er noch höher naja dann machen wir noch mal hopsa hopsa und hopsa ah geschafft sogar ich habe gleich verkacken sogar den sprung noch in dieser folge so das haben wir das natürlich müssen wir kaputt machen und es ist alle na gut wo sagen wir karte wo im nerf das sind bergen am besten wenn wir gehen da lang ich habe eine schaufel ich habe nicht keine angst die zu benutzen oh schwein ich will den nicht kümmern weil wir haben ok jetzt so wie weit noch ah ja da sind die oh oh habe ich ja schon was gefunden sehe ich schon sehr schön also es ist schon viel so ich habe schwein glaube ich gehört ja ich glaube irgendwo sollte eine hülle sein wo sind die alle zombies schwein schwein scheiße ich habe scheiße gebaut ein bisschen zu früh gemacht ach nö alter ist ja geil es ist schon nacht ja stimmt weil die letzte vorgabe ist ich glaube es ist zu lange verbrauchern mine zu machen er war zu lange in mine meine ich so rum ach nö wie kann wow ja das will ich nicht haben naja ok passiert einfach kann man leider nicht ändern alter noch mehr wie viel sand ist hier ok das ist schon ein ende gott sei dank ah fertig toll so und die erste muss ich nach oben gehen aber wie so jetzt haben wir wie viel haben wir oh zwei sticks nicht schlecht ah hier haben wir weiter ne nächste stelle nein schon wieder verkackt naja passiert einfach wenn mach jemand macht zu schnell so oh ok hier ist nicht so viel wie ich sehe aber auch kohle haben wir gefunden unter sand und nicht wenig so der das werde ich auch machen schnell weil diese moment wird er nicht mehr vergehen lassen da ist die folge so das ist die kohle einfach wenn ok ich hab gedacht der nimmt nicht keinen sand mehr weil ich bin zu voll so fertig da lieber nicht wo sind wir überhaupt oh scheiße skillet skillet tot hahaha zu langsam naja hallo spinnst du aua wer das ist einfach so naja hallo spinnst du aua wer der also der blöde zombie blödes skillet die wollen mich töten so einfach skillet ahja ich hab keine andere worten zu denen tut mir leid aber ich war ich war ein bisschen hunkel deswegen wollten mich ein bisschen angreifen mich knabbern lassen aber ja wieso ist da keine ahnung ah ok skillet ich erlaube dir verrecken zu lassen genau dass du mich nicht wieder angreifst so oh mein handy nervt warte mal den geräusch das ist schleim oder ach du scheiße nicht aber habe ich rein geflogen gegen schleim habe ich nicht so bock zu kämpfen eigentlich schleim ist die einfachste nicht einfachste aber einfach zu besiegen mit wo bin ich jetzt sand scheiß drauf sand sand och fuck scheiße na gut na gut aua die machen wir wie mami hilfe die machen wir wie so hier haben wir alle da gut lol wie kommen wir hier raus und dann zusammen zu einer da waren wir nach so viele sache lol ich glaube den nächsten paar folgen muss ich einen sand suchen weil ich so viele sachen habe ich nie erwartet da bekomme ich heute so jetzt wir sind gleich fertig oder ich glaube ich muss jetzt nach hause gehen da lang okay ich würde sagen für heute machen wir nicht mehr ich gehe jetzt mit schaufel lol ich habe nichts zu wissen da ist so ein teils ein alter durch irgendwelche folge ich nehme auch geschehen weg weg gewick 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 ich will nicht ich will nicht mit dir nicht befreundet sein kripper okay wird vielleicht diese folge will haben sie länger aber ich habe glaube ich was gesehen dort ich mal kurz nach oben klick hier klick hier ja scheiße ich weiß nicht aber oder könnte sein dass ich mich geehrte habe ich ich habe gedacht habe ich so ein holzhaus gesehen naja ich sehe nicht kein holzhaus mehr so wir gehen jetzt zurück weil sowieso wir sind schon da ja die machen wir eh nicht mehr weil die ist schon tag eigentlich sollte ich schon zuhause sein weil ich habe gedacht dass ich sehe ein äh bauhaus aber leider war das nicht kein bauhaus wahrscheinlich irgendwas anderes ich habe es ausgesehen bei baumhaus meine schöne ernte essen für ganzes jahr für mich allein ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben so leide wir sind zuhause also leute ich werde sagen das war's und sage ich so sei gut sei gut und sage nicht zu viel tschüssi tschau 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 tschau